Wenn du rumspringst, einfach so drücken, einfach loslassen, dass er nicht ganz dranspringt. Du hattest ja den Safe bei den Goomba noch, ne? Äh, ja. Ne, da kann ich, den kann ich nicht so kaputt machen. Es geht einfach, obwohl man merkt es bei den Aufnahmen gar nicht so, dass es leckt. Ah, fuck you. Ich weiß nicht, irgendwie liegt das direkt am Tisch. Und die Aufnahme macht das nochmal weg, wenn du rennst. Ja, die macht das super gut weg, sehe ich bei Dragon Quest immer. Der leckt, pass auf, der leckt bei 45 FPS. Okay. Also wenn ich das normal mache, hackt das Spiel immer ab, vom Sound her. Dann ist das immer so zwischen 30 und 60 FPS und genau bei 45 FPS ruckelt das da. Da komme ich auch noch zu fast wieder. Aber beim Rendern ist das Geruckel komplett weg. Ja, aber das ist ja nicht so, dass die nicht wirklich richtig kompatibel sind im Land oder generell für die Spiele. Ah, jetzt muss ich überlegen. Da. Aber wir können froh sein, dass das überhaupt funktioniert. Ne? Ja, also da glaube ich. Da. Ne? Hä? Was war das denn nochmal? Hm. Da, die, 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 die. Na, wobei. Ja, das ist, hier musst du so einen Umweg nehmen. Ja. Ja. Ist halt so. Ich wäre froh, dass das nicht auf Zeit geht. Ja, das Beste. Okay, da oben auf jeden Fall nicht lang. Hm. Da auch nicht? Ja, aber da auch nicht, hä? Hä? Da, 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 da. Ja, genau. Spielen wie Kaiser Mario oder was? Ja, klar. Ah, ah, ich krieg ne Latte. Yes! Ja, ja, ja. Äh, 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 äh. Ich muss gleich speichern. Und ich bin mein Boss. Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Ähm. Äh, äh, ich mach erst mal so. Und ich muss gleich, boah, ich weiß nicht, wo ich mich pissen muss. Ich muss Pipi. Oh nein. Äh, ich save den, ne, den letzten behalte ich. Okay. Ja. Dann mach ich, mein, mach ich ja, ich hab gespeichern. Ich mach meine kleine Kinder und spült's nicht so schnell ab. Na, fick dich. Okay, die wieder zu schnell. Äh, willst du mich jetzt verharschen, wieso geht das? Mhm. Mach jetzt. Lass der Vogel weg, weg, weg. So, ein Dreck, 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 Dreck. Oh, fuck. Wau, nein. Ich will die Bananen haben. Nicht. Hallo, Kroko. Kroko-Duck. Kroko-Flock. Ja. Oh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nein. Sag ich ja, ich schützt viel zu schnell ab. Warum drück ich eigentlich? Toll, dann musst du dich beeilen. Pullen gehen. Pullen gehen! Pullen gehen! Pullen gehen! Pullen gehen! Nichts gesagt. Ich nichts gesagt habe. Boah, das dauert natürlich wieder viel zu lange Mann, 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 Löscht der Jockel. Das ist aber wenn er auf neue Pilsen gehen muss, voll unverschämt. Mann, Löscht, Mann, Löscht, ist er so doof, ist er so doof, ist er so doof. Na, bist du abgestürzt? Ja, gerade eben. Ach ja, so. Boss, Boss, Boss. Ich mag den Boss. Ja? Ja, einer der Herrlichen. Na, wo kommt er her? Ja. Ja. Wow. Rosa. Nein. Bin nochmal gespannt, ob du den schaffst. Ja, der, der ist eine der. Ah. Mhm. Halt dieses, wenn der springt, dann musst du auch springen. Ja, muss man. Cool. Und dann haust du dir einfach das Fass an den Kopf. Ehrlich. Ja. Ja. Ach, Mann, ey. Schade. Hm. Schade. Hm. Shit. Tja. Beim dritten, man muss aufpassen, da holt er halt. Ach, schade. Ne, der holt immer nur beim... Ach komm, warum lauf ich denn zurück? Weil du doof bist? Ja. Hahaha. Schloch. Danach kommt das Wabenlevel. Oh, ich freu mich. Mann, ey. Jetzt hörte so, was ist denn los? Null leben nur noch? Nein. Wie kommst du denn da drauf? Und schon... Gleich die, äh, dritte Folge. Bestand 17 Minuten. Ja. Geht schnell. Bam. 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 Der schwarze Tod. Fuck. Verrängerin. Warum kümmerst du dich eigentlich um das Fass? Also nicht. Einfach so. Weil ich Lust habe dann. Äh, äh, äh. Und du behindert bist. Nein, hau ab. Hau ab. Hau ab. Boah, der hätte dich jetzt voll in den Sumpf reinboxen müssen. Nein. Hätte er nicht. Ach ja. Oh, schade. Die sind weg. Jetzt kommen die geilen Fässer. Och nö. Fick dich ins Knie. Sonst lernst du's nie. Nein, hau ab. Und dann ist das Ende. Nooo. Hihihi. Mach nicht so doof. Ach so, hab ich bei mir gespeichert? Ja, hatte's. Ne, du hattest... Ich hatte bei dir zuletzt gespeichert. Äh, ich mach einmal. Ne? Hm. Ich hatte eigentlich laden müssen. Naja. Äh, ich bin ja ein Boss, hallo. Das kann ich nicht sitzen lassen, Centros. Doch, kannst du. Das kannst du. Das kannst du. Hättest du nicht bei... Hättest du nicht wenigstens beim... beim Endgegner speichern können? Und dann bei Omi nochmal zurückgehen? Hab ich nicht drungen gedacht. Irgendwie, keine Ahnung warum. Oh, oh. Ach ja. Ah, ist doch nur der... Ist doch nur der... Ist doch nur der... Feuermensch. Als Boss. Ja. Der ist doch voll einfach. Ach, warum... Ey, willst du Stress oder mit deiner Keule, oder was? Ich weiß auch nicht, ich wollte eigentlich noch näher dran. Aber der hat Stress mit seiner Keule geschoben. Du bist bescheuert. Krach. Krach. Hopp. Mensch. Steb. Maul. Der. 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 Der jetzt. Mhm? Du musst jetzt zwei Leben, ne? Bei mir lächst du auch so ein bisschen. Vom Spiel her? Oder deine Verbindung wieder. Ja. das heißt es geht an den